Jetzt musst du das aber auch so hinschneiden, ne? Jaja, ich hab die neue Aufnahme schon wieder gestartet. Ahhhh, bei uns. So will man, fein wir nicht. Okay, warte mal Verteidigung, was haben wir hier? Oh ne ne ne, warte mal, hier spiele ich doch lieber. Wir machen Verteidigung, okay, was mach ich? Treibion. Ne ne ne, oder spiele ich lieber? Oder? 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 Nee, Pfarrer. Ne, warte, ich mach da mal Heiler lieber. Ich glaub die beiden Noobs da werden keinen Heiler machen. Wir können auch tauschen. Wir können auch tauschen. Wir können auch tauschen. Da kannst du Diva spielen, ich spiel Dusin. Du kannst wahrscheinlich besser Diva als ich. Sei dir da nicht so sicher. Unser Talent haben wir gerade in den ersten zwei Matches gesehen, also von daher. Ich bin der Aaron Reinhardt. Sagen wir so, wir haben ungeheures Potential nach oben. Ja, ja, genau. So kann man das natürlich auch bezeichnen. Also ich weiß, dass es nie was bringt. Angreifer in 30 Sekunden erwartet. Ja, ich finde... Hoffen oder was? Ist gut, solange das Match lang dauert, ist es gut, weil dann krieg ich Punkte. Ich gönne mir den Spaß trotzdem. Meint ihr, dass ihr mit meinen APM mithalten könnt? Ihren APM mithalten könnt? Was sollen bei Diva APM heißen, bitte? Traumatische... Ich glaube der letzte Laser war, glaube ich, für den Hintern. Oh, sie haben McCree. Das würde ich ja gar nicht gern. Die machen meine Laser kaputt... Oh nein, ein Roadtog. Ein Roadtog. Nein, ein Roadtog. Nein, ein Roadtog. Nein, ein Roadtog. Nein, ein Roadtog. Nein! Ich glaube ein Tank. Ich glaube kein Tank, sondern ein Roadtog. Wo ist denn der? Da ist der. Der Roadtog ist in der Mitte. Oh, oh. Ich geh mal auf die Widowmaker, ne? Hab's da. Tracer von links. Ah, ich wollte gerade runter pushen, echt ey. Bloß ein Moment der Unachtsamkeit. Bloß ein Moment der Unachtsamkeit. Der Kree ist down. Solch begrenzte Vorstellungskraft. Tracer von links, bitte einmal drum kümmern. Ja, ich renne halt, ne? Ja, die wird von hinten kommen. Aha. Was, geht hier denn? Fuck, ne Tracer kommt... Hab ich doch gesagt. Ja, aber doch nicht zu mir. Zu mir hinten. Das ist doch... Leute, Tracer kriegst du ja auch richtig leicht. Auch mit dem Strahl. Wenn sie nicht die ganze Zeit abhornen würden. Push wahrscheinlich gleich. Knappt euch die Rüstung! Aua, das ist ne Widow. Die Tracer verfolgt mich bis ins Camp rein. Ist das die dumm oder so? Nee, die ist greedy. Die ist try harder. Das ist der Typ namens Killer. Ich hab die Tracer gleich gebannt. was? Haben die da zwei Äpfchen gerade oder was? Nee, nur ein Widowdown. Die Teleporter online. Ich habe den Pfad geöffnet. Richtig ärgerlich ey. Boah, ist die doofa! Und jetzt bleibt es wahrscheinlich noch stehen. Äpfchen kommt. Aus Licht werde Materie Oh, ist ja eine Mercy Zäppchen down Zäppchen down Sicherheitssystem wird eingerichtet Ja Bitte hasst mich nicht Ich habe den Oga-Ring Ah, ge-z Der allererste Teil, was ich gucke Ah, ist doch nice, ge-z Ge-z Schönen wir mal, Leute, wir brauchen 500 Oga Oder man hat's ja gut sein Ja Bin wieder drüben Geil, wie Genji da reingeht Von allen drei Lasern eliminiert wird Aber der hat ja auch keine HP, ne? Ja Richtig geil Eine Tracer kommt von hinten Auf Sechste Widow haben sie aber Da fliegt der Roadhog Wuuu Und da fliegt die Tracer Ah, wie geil Und da fliegt die Tracer Ah, wie geil Meine Selbstschutzanlage wurde zerstört Das Licht schützt dich Noch 60 Sekunden Schild aktiviert Deine Selbstzerstörung Sicherheitssysteme Eingerichtet Ich bin voll Okay, ich habe hier ein bisschen rumgetanzt Egal Such grad noch Orte, wo ich weiter meine Laser aufstellen kann Wo die etwas bringen Und dass sie sofort gesehen werden Was? McCree von hinten Hallo, alle meine Laser sind zerstört worden Wer war das? Bald geht die Rechnung auf Der Laser Das ist eigentlich der nächste Halt Hinter uns ist ein, 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 ein Genji Komm, von hinten über die Tunnel Komm, von hinten über die Tunnel Komm, von hinten über die Tunnel Wüten darf er, ein Wüten darf er Ist hier ein Spiegel vor dir? Ist hier ein Spiegel vor dir? Nein Von mir kann sich niemand verstecken Wie ist das Potenzial? So einfach kriegst du mich nicht Denktungsanlage Eingriff Nein! Nein! Dann die ganze Runde nicht und dann Letzte Sekunden Guck mal Eingriff Inventive Ja, geht doch aus Oh, gut, 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 gut Oh, gut Highlight des Spiels Poki Das ist nicht ich Ich hätte schon gar nicht gesehen, wo Genji mit 3 oder 4 lasern Und das kann das vor dem Was ist das denn? Was ist das denn? 3 kills! In dem kleinen Raum da, da kommt man ja auch nicht schnell genug raus. Ja. Komm. Kills in der Umgebung. Nächste Mal als Heiler. Von 19 kills wird Selbstschussanlagen. Ach du kacke. Das war ne richtige Doops ey. Ich hab schon Gold bekommen mit meiner Symmetra. Oh, Heilung Gold. Boah, also ne, das kann nie sein. Muss was schief gelaufen sein. Warum? Du kriegst doch kein Gold in der Heilung. Als Heiler irgendwo? Hallo? Ich war 100% da, ich bin nur einmal verreckt. Machen Sie sich bereit zum Anno. Es ist mir egal, aber ich bin nicht verreckt. Nur einmal. Für die war? Ja sie mal. Gehne mal den Reaper. Ich hab da so nen schönen Spruch für den. Ja hell. Ich pass halt auch mit. Ich pass halt auch mit. Wir kämpfen gegen Xylo Kill. A Banana. Wormfist. Banana. 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 Wormfist gefällt mir aber auch ganz gut. Der Tod ist unter euch. Naja, hier habe ich damals diesen undankbaren Schnösel aufgelesen. Den hast du da aufgelesen? Scheint ich. Was? Undankbarer Schnösel ist aber männlich. Oh, getötet. Oh, ich habe vergessen was für ne Frage. Mann, das schon alles! Ja. Angriffsphase beginnt in 30 Sekunden. Dauert mit dem Quatsch und macht einfach halt. Ich weiß nicht, das war aber unbeziehlich. Ich habe mal ein Match gespielt und da hat gesagt, äh, da hat er gesagt, äh, worst Mercy EU. Und dann nächste Runde sagen die, well played Mercy. GG Mercy. Und dann weiterhelfen wir uns doch voll geil kurz. Ja, das sind halt... Bei Mercy habe ich so Matches, da bin ich nur am verrecken. Weil ich so will sie erheilen. Geh zu ihnen. Beschütze mich aber nicht. Ich werde von hinten abgeknallt, bin wieder tot. Okay, die haben auch dann eine Refund. Reiki ist nicht wahr. Auch ein Reinert und ich glaube da ist ein Bastion drauf, oder? Ne. Ein Torbjörn. Ein Torbjörn, ja, okay. Ah, ist schon ein bisschen eklig. Okay, danke. Ja, dieser Reaper, dass der einfach... Wo mich du... Oh, oh, ich bin tot. Ah, doch... Ich lebe! Fass. Ich gleich mit nem Schatz. Das ist nur dran. Willst du's down? Ich gleich auch! Ich bin dran! Nein! Was war das für'n Schaden auf einmal, ey? Was war das für'n Schaden auf einmal, ey? Nein! Sehr gut, wir sind in der Frache. Ja... Wie ist von links von uns? Ja... Ein bisschen nach vorn gebracht, glaube ich. Nein! Habit! 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 Was ist denn da? Das bin ich, weil ich in... 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 in der Dings von... in der Gift... Was? Wieso bin ich auf einmal oben? Nein! Jetzt gibt es immer... Ich kackt, Mei! Nein! Ich weiß nicht, wenn die Mei dich in die nächste Etage hievt. Nein! Oh! Ich hab dich töten... Ich hab dich sterben sehen! Ich hab dich töten sehen! Du hast mich töten sehen! Naja, genau! So bitte nicht der Polizei sagen! Du hast mich... Du hast mich toten sehen! Genau! Ich hab dich koten sehen! Boah! Ja, komm! Gute Highlight! Hast du koten sehen? Naja, genau! Ich bin tot! Okay, nicht mehr! Mach was raus! Mach was raus! Mach was raus! Mach das ihr Leute hier! Ja, leck mich doch im Arsch! Waaah! Ich hatte alle tot, weiß ich! Ja, das war vielleicht da nicht ganz so dolle gerade! Was ist das? Waaah! 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 Ich hab dich nicht mehr so! Ich hab dich nicht mehr so! Ich hab dich nicht mehr so! Ach crap, echt! Ach, ich hab dich nicht mehr so! Bloß du stirbst dabei! Ja, das kann sein! Ja, das kann sein! Ja, wir müssen uns mal sammeln! Versuchen wir das nochmal! Ja! Also, wenn ihr grad anscheinend am verlieren seid, kann es anscheinend nicht an mir liegen! Doch! Alles deine Schuld! Das letzte lief aber super! Also... Oben! Ein einziges alleine entscheidet gar nichts! Ich glaube aber, wir als Vierer-Gruppe sollten die Haupt... Ähm... Die Hauptrollen übernehmen Tank... Supporter... Äh... Und zwei DDs unter Umständ... Oder sowas... Oder... Ein Backup und ein DD... Also sowas wie ein Hanzo... Als Backup! Hanzo spiel ich ja ganz gerne, aber... Wir haben ja stehen noch einen Widow schon... Mit uns könnten wir eher sehnen! Aber ich glaube, wenn wir das so machen, dann... Wird es recht gut aussehen! Ah, da kommt ein Reaper! Fuck you! Elf! Aber ich glaube... Das wird nix mehr irgendwie... Doch, doch! Ja, ihr habt jetzt den ersten Checkpoint! Das passt doch! Ja! Hinter uns ist ein... Ich wollte ihn gerade hinterher... Gut! Direkt auf der Brücke neben dem Gebäude ist ein Sniperin! Abmarsch! Aus den Schatten! Lol! Das ist eine kleine Runde! Lol! Auuuu! Das ist ein typischer Reinhard-Buf. Ja, echt mal. Oh, fuck. Wirst du, wo die sind? Nein! Oh, wirklich. Oh, wie unfair. Ja, ich bin jetzt auch da und die kommen gerade nach ne Minute. Drück mal gleich von der Ulti durch, dann muss ich mal gucken, ob ich switche. Kommen wir nicht hinterher, ist der Ulti eigentlich. Du brauchst übrigens nicht komplett die ganze Zeit drinnen sitzen. Wenn du antippst zum Charge und dann die Ulti drückst, dann fliegt der bis zur maximalen Charge. Der habe ich doch gerade. Du bist drinnen gehofft. Du bist das ganze am Ende drinnen gehockt. Na, ich möchte da halt noch weitermachen, weißt du? Weil dann bist du auch nicht so arg in Gefahr, was dich ohne Rüstung angeht. Ich bin nie in Gefahr. Ja, gerade eben bist du gestorben. Ach, gar nicht. Zu lügen. Ich glaube, ihr seid am Wagen. Ja. Gleich nicht mehr, weil er ne gottverdammte Widow ist. Die kommen gerade alle von oben, ja. Nein, fuck you! Ach, Widow ist da. Das sieht schon mal nicht schlecht aus. Ne, der ist oben. Das bringt ihm nichts. Ja, gut. Einfach unten bleiben. Soldier ist da. Einfach den Punkt erreicht. Genau. Oh Gott ey. Pass auf, Widow ist da gleich. Pass auf, pass auf. Hinter uns ist auch noch ne... Vorsicht, ne. A-Ulti direkt auf den Punkt drauf. Auf der Payload. Reeper von hinter uns. Reeper ist hinter uns. Ja. Reeper ist hinter uns. Ja, ja. Tag, wenn du gegen Reinhard spielst und du gerade nichts anderes machen kannst, als aufs Schild rauf zu hauen, dann hau aufs Schild drauf. Das bringt mehr wie wenn du nur warte, bis du hinter ihm kommst. Ich kann mal nicht schlecht aus, grad. Sorry, ich habe doch nicht viel Armer da reingeschränkt. Nein, 60 Sekunden. Ich hab ulti ready. dann macht jetzt zu spät weil uns rein hatte ich gerade aufgegangen ich bin auch da und in der soldier ist da das geschützt hat er der hat gerade die vorgemacht habe ich bin da mehr hat nicht mehr bitte das ist zu ende die fracht steckt fest dass uns das ding wieder in fahrt bringen Ich hab die Ding wie ich sieh' Annehmen alle ihre Ultis, oder? Ja, 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 kacke. Roger down. Gott, Torbjörn und May, rechts im Raum drin. Sehr schade. Ja, aber trotzdem noch Mike gesagt. Ja, also ich muss schon sagen, neben dem anfänglichen Extremfades lief's danach doch echt geil. Hehehe Highlight des Spiels. Was? Ne, aber wahrscheinlich mit dem. Boah, ja, das war ne schöne Ulti. Ja, ja, lass mal gestehen. Das war leider echt ne schöne Ulti. Werd ich mitgenommen? Oh ja. Der Teamleiter, wer das auch immer ist, muss dann raus, oder? Ich muss nicht hinladen. Raus. Aber das Team hat rausstecken, um ihn einzuladen. Solch! Nein, ich kann ihn auch einfach so einladen. Weiß ich nicht. Danke. Tatsächlich, nice. Toll, ich hab direkt Niederlage bekommen. Wie unfair, Alter. Finde ich gut, ich hab alle KD wieder kaputt gemacht. Ja, super. Wurde das wirklich gezählt jetzt? Wie spät haben wir das? Ich glaube schon. Natürlich wird das gezählt. 114 Siege. Da sieht man nicht die Niederlagen. Äh, Siege gegen, äh, äh, gespielte Matches minus gewonnenen Matches. Und die Statistik oben links. Äh, ach, da Statistik. Okay, bei mir ist es ungefähr 50-50. Ich glaub ich bin grad noch, ja, gewonnen als verloren. Ja, bei mir ist es auch 50-50. Aber, hast gemerkt, ne? Sobald jetzt gerade Danny draußen war, ging's wieder einigermaßen. Ja, das lief echt gut. Dieses Team ist so salzig. Gar nicht. Nein. Verziehen Sie Verteidigungsstelle. Verteidigung. Ich bin überlegen, wollen wir's mit doppelter Symmetra versuchen? Okay. Ach, Hanamura. Ne, Hanamura ist glaub nicht so, nicht so gut für Symmetra. Oh, ne, da spiel ich gerne, gerne. Eine, eine ist okay. Hanamura fähig ich gerne. Torbjorn. Ja, Torbjorn ist besser. Direkt nach dem Tor, links in dem Eingang. Der wahre Feind des Menschen ist das Haus. Oder, äh, äh, hinter der Tür vom Eingang. Auf der anderen Seite. Beides gut. Alle Werfe im grünen Bereich. Ich werde dich schiften. Dankeschön. Danke. Weischt nicht vom Plan ab. Und der Sieg wird unser sein. Gehört, nicht vom Plan abweichen. Kein. Ich muss mal ein Tier rein, in den Gang hier. Und der Angreifer in 30 Sekunden erwartet. Mal sehen wie viel heute wieder zu tun ist. Systeme optimieren. Willkommen. Rivieren. Hallo. Holzer. Was ist passiert? Jetzt alles. Was passiert? Ich hab mal den rechten Weg so ein bisschen zugeklatscht. Mal gucken, was passiert. In den rechten. Wir kommen zusammen. Also eine Merci haben sie. Ha, ha! Reaper kriegt direkt drei Layers ab. Scheiße, Reaper ist drin und im Raum. ich habe den riefen von hinten genommen glaube ich dir gerne gegen die war bei uns im punkt ist tot ja erstmal nur die mech wenn sie zwei eintritt haben ok safe für jetzt der reaper schon wieder ja der hat mich gerade getötet ja ich wurde gekillt ich komme ja das war die die wir wieder zum punkt aufgepasst der fahrer da kommt zum punkt aufgepasst gott nein ich bin alle meine laser zerstört reaper kommt er ist drin da möchte wieder zum punkt kriegt ihn noch hoch gilt noch noch überstunden lesern wir ein bisschen mehr kommt lieber kommt auch wieder von der seite vorsicht mei hat ulti reingemacht so kaputt guter leidem fahrer hinten kommt ein mcgree fahrer ist dann drinnen mit euch sind dort aufgegangen Vorsicht, Reeper von der Seite. Haben wir dann. Rechts kommt noch eine Mercy. Dem Rüstung, dem Rüstung, dem Rüstung. Danke, danke. Pharah kommt von vorne. Ich hab die Mercy down. Lasst mich ein bisschen healen, dann kann ich wieder reviven. Da. Das reicht leider zeitlich nicht mehr. Von oben eine Pharah. Okay, ähm, Finger in Staunen. Okay, Ulti's ready. Von Side, Genshis. Nicht mehr lange. Nice. Die, die, die Rüstung, was da lag, die hat mich gerettet. Die, die, die Rüstung, was da lag, die hat mich gerettet. Vorsicht, Heim. Rüstung, Rüstung, Rüstung. Links im Hause ist die Soldier. Ja, ich guck mal, ob ich den kann. Da war ein Soldier. Dürft gleich von der Seite, würde die Diva kommen. Da kommt ein Pharah von der Seite. Ja. Verbot. Äh, von der anderen Seite kommt noch ein Pharah. Lol. Ich bin nicht down. Ich hab Mercy down gemacht. Äh, Reinhardt drinnen. Gut. Mercy ist down. Beide Mercy sind grad down. Gibi voll. Also fend schon, dann muss man die einem einsetzen. Na geil. So, das lief doch jetzt mal. Super. Waren die Ansagen nervig, oder haben die geholfen? Solange du links, rechts sagst, anstatt du kommst von der Seite, ist das in Ordnung? Okay. Ja, links, rechts ist auch immer sowas, ne? Ja gut, aber hinter dem Posten weiß man wenigstens wo. Wenn man in die Richtung vom Gegner guckt, dann zagt man links, rechts. Machen wir wenigstens schon mal in die Richtung. Andere Map sicherlich ein bisschen schwieriger. Keiner gibt mir hier Drecksäcke. Hallo, er hat einen Gale Streak von 20. Ja, ich weiß. Da bin ich auch noch eingegeben. Riecht gut. Ja. Hatte ich Glück. Bin nicht gestorben. Na ja, guter Healer. Ja, auf. Ach, kein Eigenruf. Ne. Bleutchen? Ist mir da eine halbe Stunde rum, ich muss wieder ne Aufnahmepause machen. Werd ihr? Also ich bändet einmal bei meinen Toots und tut es.